Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen, hör mal, ich habe eben aus Versehen nochmal das zweite, nein das erste Game dieses Best of Threes nochmal gecastet, ja, weil ich so ein intelligenter, so ein KLUKR Mann bin, ja, ganz wichtig, Betonung liegt hier auf Mann, wirklich richtig männlich, so klug bin ich, ich hasse toxische Männlichkeit, ne, bin ich early. Okay, anyway, wir kommen zum Punkt, wir kommen zum Game, zum dritten und jetzt nochmal, sorry Twitchit für euch da draußen, es ist jetzt die erneute Ankündigung, aber vielleicht schreibt ihr es euch dann auch wirklich hinter die Ohren, am 11.05. findet das Finale der Forts Pro Liga statt, ja, Samstag, 22 Uhr, ist leider ein bisschen spät, I know, I know, aber lässt sich nicht mehr ändern, ist halt jetzt Sommerzeit und damit beginnt das Turnier um 22 Uhr, aber dann können auch die Australier vielleicht mal, die müssen dann nicht um 3 aufstehen, sondern um 6 Uhr in der Früh, Das ist immer noch scheiße für Forts Content, aber es ist halt nicht mehr mitten in der Nacht, okay, fair enough, immer schwierig für alle Zeitzonen eine Uhrzeit zu finden, die allen passt, das ist eigentlich sowieso unmöglich, ähm, aber, äh, ja, wir müssen als EU natürlich auch ab und zu mal in den sauren Apfel beißen, Nichtsdestotrotz sollten wir natürlich weniger in den sauren Apfel beißen, weil wir sehr stark in der EU vertreten sind in diesem Genre, auf der anderen Seite sind die Amis, die da sehr viel unterwegs sind und dann haben wir halt, ja, ein paar Atzen drüben in Asien und Australien, die mitzocken, aber die Leute aus Asien, gerade so halt China, ne, die haben halt auch eher ihr eigenen Stuff, aufgrund, ja, Politik, aber auch aufgrund der Zeitzone, so ein Stück weit, Und vielleicht Sprachen und Differenzen, ey, ich habe keine Ahnung, äh, ich mutmaß jetzt nur an dieser Stelle, na, aber wir müssen mal reingehen hier ins Gameplay, auf der linken Seite haben wir immer noch nach wie vor Team Dorsnip, das sind TAR und M, Jim M99, Der spielt hier auf der Top-Basis, Waffenkammer, Munitionsfabrik, 5 Minen, 2 Windturbinen, Standard-Setup, gut, naja, doch, Standard-Setup, okay, äh, die Tech könnte man verkaufen, aber die bewahrt man sich hier vielleicht, falls man, äh, Nukes erwartet, ebenso bei Bottom-Base, ne, auch da wird die Tech aufbewahrt, wir haben eine Mine mehr, weil man die Metallstrebion verkaufen kann und durch eine Mine ersetzen kann, und jetzt auch eine Windturbine mehr, das ist bei 6 Minen durchaus angebracht, 3 Windturbinen zu spielen, Erst recht, wenn man hier vielleicht noch ein EMP bauen möchte, auf der Bottom-Base, Butterdog, Waffenkammerlaserfabrik, und das aus einem ganz bestimmten Grund, ansonsten, gutes Eco-Setup, ne, eine Windturbine fehlt aktuell, aber wir haben dort schon die Plattform erschlossen, Gänger mit der Double-Biss am Start, und das sah ganz schön gefährlich aus, aber es hat nicht ganz hingehauen, vielleicht auch wegen des Winkels, hätte das der Butterdog hier unten gemacht, ne, dann wäre das definitiv ein Kill gewesen, So, leider ganz knapp gar nicht, wir probieren es nochmal, hier oben, aber auch da wird schon die Fins mehr oder weniger reingezogen, und wir haben bei Gengar 2 Nukes, nun das wird interessant, das werden Portal-Nukes werden, und da oben können auch nochmal 2 Nukes hin, Wenn man sich jetzt das hier aufbewahrt, die Swarms schonmal portelt, rüberschießt, mit Biss zusammen, könnte man hier vielleicht sogar den Kern kriegen, ne, hier 2 Biss rein, 2 Swarms hier reingepaintet, Metallstrebe kaputt, 2-3 Swarms im Kern, kaputt, aber, das wird nicht gemacht, stattdessen werden die Büsse nochmal aufgebraucht, um hier ein paar, ähm, Windräder wegzusägen, auch vollkommen fein, Jetzt verbinden wir uns hier oben hin, wollen wir da Waffen bauen, was wollen wir da oben? Wir schonmal gar nicht, ne, aber, äh, Howie sehe ich noch nicht, also die Storages, Bottom Base, holt sich noch ein Upgrade-Center, geht full-Eco, basically, Will aber auch irgendwie schon Waffen bauen, oder so, ich weiß es nicht ganz genau, auf der rechten Seite haben wir den ersten Plasma-Laser platziert, der braucht zwar relativ lange, da oben haben wir die erste Nukes und noch einen dritten Schwarmraketenwerfer, hier kann man ein Portal ranbauen, und das bräuchte dann, die Schwarmraketen bräuchten dann noch ein neues Portal, Ja, aber, äh, so weit, so gut, eigentlich, ne? Oben, ein Zwanziger, okay, wir sind ja Scattershot, ich hab's doch gar nicht erwähnt, glaube ich, auf der linken Seite sind wir Scattershot, das heißt, du willst eher Zwanziger bauen, denn mit der aktiven Fähigkeit machen die echt brutal viel Schaden, und, äh, damit kann man durchaus das ein oder andere Game gewinnen, einfach dadurch, dass man den Gegner so weit unterdrückt, dass man die Oberhand gewinnt, bis zu einem kritischen Punkt. Auf der rechten Seite sehen wir Architect, ein Commander, der, wenn er die aktive Fähigkeit zur Verfügung hat, sehr, 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 sehr schnell bauen kann, ne? Hält nicht mehr so lange, wurde ein bisschen genervt, die Fähigkeit, war damals sehr, sehr, sehr stark, jetzt ist sie solide, würde ich behaupten, ähm, durchaus ein eigener Commander, den man spielen kann, ein Commander, der gut ist gegen Nukes, weil du schnell Wurzbämmen kannst, der gut ist, wenn du viel Eko hast, der gut ist, um Waffen wieder immer eben schnell hervorzubringen, wenn du sie verloren hast, und, ja, ansonsten kann der Commander nicht mehr so viel, ne? Also schnell bauen ist eigentlich so sein Gimmick, sowohl mit der passiven, als auch mit der aktiven, erst recht mit der aktiven. Ja, soviel zu den Commandern. Bei Scattershot sei noch gesagt, du kriegst so einen kleinen, ähm, Zielbogen, ja? Also darfst einmal kurz Hacker spielen und weißt, wo deine Schüssel hingehen werden, ganz grob. Also nicht ganz grob, schon relativ genau. Ähm, das hilft, ne? Das hilft in einigen Situationen, den richtigen und wichtigen Shot zu platzieren. Feuerplasma, Feuer leider daneben, Plasma gut getroffen, aber die Hintergrundholzstreben halten und damit geht's den 20ern soweit auch noch ganz gut. Gut, ich entschuldige mich nochmal, dass ich immer noch so verschnupft bin. Es ist, äh, ja, für euch auf YouTube zieht sich das natürlich ganz schön, weil ich das relativ nah aufeinander aufnehme für euch, die Casts. Dementsprechend, äh, ja. Aber sonst, äh, hätte ich's wahrscheinlich nicht geschafft, ne? Wie gesagt, also stand jetzt der Aufnahme sind's noch 10 Tage bis zum Finale und, äh, eigentlich haben wir noch vieles zu produzieren. Aktive Fähigkeit, 22er, Feuerlaser als Verteidigung. Aber das reicht natürlich nicht, wenn die Dinger von oben kommen und zack! Exposed Plasmanaser. Aber jetzt kommt aktive Fähigkeit von Architect. Na, ihr seht es, zack, bumm, weg, zugebaut. Gar keine Chance. Den Plasmanaser geht's also noch relativ in Ordnung. Eko wird jetzt ausgeweitet hier unten. Erstes Upgrade auf die Mine. Richtig und wichtig. Hier unten müssten auch noch Minen kommen. Vielleicht ein Schild oder so. Da haben wir jetzt Flaxi, haben wir erstmal Defense, ne? Weil da, da, da kommt echt einiges. Also, der Gänger, der, 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 der betreibt gerade, ja, weiß ich nicht, Bob, der Baumeister, der, der ist Aufbausimulator. Sniper auf der linken Seite. Definitiv etwas, was sich Team 1 vielleicht mal zulegen sollte. Also, der, da, 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 das ist alles exposed hier. Es könnte so weggesniped werden. Gerade mit der aktiven Fähigkeit hast du auch noch einen Doppelschuss auf den Sniper mit Scattershot. Ja, das könnte man so entspannt nutzen. Zwei Sniper hier rein, um das mal eben rauszunehmen alles. Das wär so schlimm für Team 2. So, so, so schlimm. Verfehlte Möglichkeiten, meine Damen und Herren. Verfehlte Möglichkeiten. Drei Swarms, drei Nukes. Und so langsam sitzen auch die Portale, ne? Die können sowieso, ah, wobei, der kann jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt ganz schießen. Hoppala. Und das wird gerade verbunden. Da sitzt der Sniper. Gleich geht das Fratzengeballer los. Wir haben vier Gunner, drei Flags. Ein Gunner, der jetzt nicht so viel macht. Eine Flag. Zweite Flag. Und das war's. Hier unten vielleicht noch Gunner, wär nicht schlecht. Shotgun hier, wär nicht schlecht. Jetzt werden die Gunner hier verkauft. Okay. Und drei Flags wurden hier gebaitet. Aktive Fähigkeit auf der linken Seite fast wieder aufgeladen. Noch nicht ganz. Es fehlt noch ein Müh. Im Match, man hätte da einen Sniper, mit dem man hier den Juk rausnehmen könnte. Aber da, guck mal hier. Ja, ja, nein. Komm schon. Ja, wunderschön. Ne, richtig und wichtig. Klar kann man auch das 20er nehmen, aber das ist einfach nicht so ganz präzise. Äh, das wird jetzt hier noch verkauft. Das wird doch wohl noch der letzte Schuss. Ja, guck mal hier. Ne, geht auch noch kaputt. Also, zwei Swarms weniger. Und jetzt hat man, ja, drei Nukes und eine Swarm. Beziehungsweise, erstmal wird nur eine Nuke geschossen. Aktive Fähigkeit. Auf der linken Seite gleichzeitig am Start. Plasma Laser. Rechts versucht ihr den Doorsnive, aber das fortwackelt zu sehr. Und von oben fallen hier dauernd Dinge runter, ne? Manchmal kitschen mich so kleine Dinge, die total unnötig sind. Und ich dann einfach kommentiere, anstatt mich aufs Spielgeschehen zu konzentrieren. Ha. Tja. Ja, schon kann man derwelle am Start, ne? Pathadog macht hier genau das, was er machen muss. Braucht hier Mittel und Wege, um die gegnerische Anti-Air rauszunehmen. Vielleicht noch einen AP-Sniper. Ähm, zwei Feuerlaser hat er jetzt am Start. Es würde wahrscheinlich nicht schaden, noch einen Feuerlaser oberhalb des Plasma Lasers zu bauen. Um einfach noch einen anderen Winkel zu bekommen. Um die Nukes zu verteidigen vor allem. Da kommt jetzt eine vierte Nukes. Was wollen wir denn mit vier Nukes? Das ist ja... Das ist ja komplett Madness. Und da kommt das Gerät auch schon. Frontal zugeflogen auf Tar. Aber der fährt das erstmal ganz entspannt ab. Der hat jetzt hier Minigunner, mit denen er sich auf die Portale konzentriert. Und damit bekommen die Geräte hier oben ein bisschen Schaden. Aber jetzt auch gerade nicht so viel. Also es hält sich mehr oder weniger an Grenzen. Gut, wir haben da noch einen Sniper, eine Windturbine bekommen. Das ist auch irgendwo Eco-Schaden ein Stück weit. Wir haben noch nicht so viel Float rechts. Mehr oder weniger. 400, 600 insgesamt. Ein Howie links. Nur 200 Anführungsstrichen. Jim, relativ gut dabei. Noch kein Metall gefloatet. Trotz relativ viel Eco. Und jetzt geht's Gänger an den Kragen. Das war gerade richtig, richtig knapp. Da war nicht mehr viel vor im Kern. Und jetzt muss er erstmal gucken, dass er sich hier wieder ein bisschen verbindet. Und mit Schilden vor allem schützt. Das ist... Das ist mehr oder weniger ein Investment. Das kurz- bis mittelfristig funktioniert kann. Weil 20er-Shots von Schilden abgehalten werden. Ähm, aber Vierwindturbinen reichen nicht aus. Und Portale kannst du damit erst recht nicht betreiben, nach oben drauf. Ihr seht es. Gänger hat jetzt eine Energieproduktion von 142 Energie pro Sekunde. Waterdog hingegen 500. Ne. Und der... Ja, okay. Vielen, vielen Dank, Sumo-Fischi. Ähm. Kleiner als drei. Genau. Definitiv. Stimme ich zu. So. Upala. Gefährlicher Winkel hier unten. Noch ein Plasma-Deser. Also daher hätte man da präzise getroffen, hätte man definitiv drei, vier Minen rausnehmen können. Aber so ist natürlich auch schon Schockmoment gewesen für TAR. Der sich auch direkt reicht, ne. Also aktive Fähigkeit. Zack, zack. Bumm, bumm. Taktakt. Scatter-Shot. Vielen Dank, Klexis, für den Twitch-Sprime-Sub. Da sind wir dabei. Dann ist prima. Jetzt kommt die EMP. Aber das Anti-Air im Start bei Team 2. Sogar relativ gute Anti-Air, ne. Hier unten die, die ist relativ schwer rauszunehmen. Hätte man hier unten. Vielleicht Sniper würde das natürlich gehen. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Ja, haben wir schon drüber geredet. Zwei Plasma-Deser hier unten werden jetzt angegangen. Der eine, da hätte man fast die Tür repariert, bevor sie zugegangen wäre. Das wäre ein West-Cast-Sinario gewesen. Da wäre da wahrscheinlich noch der Plasma rausgegangen. Und damit wahrscheinlich noch ein anderer. Aber guckt euch den Damage an von den Zwanzigern. Drei Stück waren das jetzt. Und das lässt sich sehen. Muss man wirklich sagen. Da kommt einiges bei rum. Und jetzt schon wieder mit aktiver Fähigkeit. Tack, tack. Tack, tack. Aber nur zwei Geräte. Top-Base gleich wieder nachgeladen. Und dann geht es den Plasma-Laser wieder an den Hals. Nein. Auf Top-Base. Oh, die EMP ist durchgekommen. Schilde sind deaktiviert. Und das nächste Gerät kommt wieder durch. Zack. Und da wird gnadenlos rübergeschossen. Man braucht da schon etwas mehr Anti-Air, wenn man sich mit Schilden verteidigen möchte. Das ist also ja, genau, definitiv etwas, was man hier haben möchte. Hier unten wird jetzt Stress gemacht auf die paar Waffen, die noch vorhanden sind. Zwei Feuer-Laser raus für Butter-Dog. Aber auch schöner Kauter-Snipe. Die Türen sind einfach groß wie Scheune-Tore. Und damit macht es einem der Gegner schon recht leicht mit einem Plasma-Laser zu durchsnipen. Muss man ganz ehrlich sagen. Ein Sniper würde wahrscheinlich auch schon funktionieren, um die 20er rauszunehmen. Nichtsdestotrotz muss man auch erst mal treffen. Ja. Das ist ein Winkel, den... Ah, der von hier oben da unten rein. Auch hier der Kerl mit drei Sandsäcken ist nicht sonderlich gut verteidigt, ne. Ist einfach nicht sonderlich gut verteidigt. Das Problem ist jetzt hier oben, dass du halt die Türen hast, ne. Drei Stück. Relativ weit vorne als Verteidigung gegen Feuer-Laser. Wenn du die jetzt hier so einziehen würdest, könntest du vielleicht einen flacheren Winkel gewährleisten. So musst du gucken, wo du bleibst. Und hier wurde das nächste 20er gedorsniped. Ah, Butterdog kämpft sich nochmal zurück. Aber der erleidet gerade ordentlich Damage. Von Top Base. Und nochmal. 21er oben drauf. Und die Schüsse gehen überall rein. Und da sind einige Windturbinen jetzt gefallen. Gleichzeitig Top Base. Quasi ohne Waffen. Aber jetzt kommen da nochmal ein paar Sneaky Nukes. Minigunner sind einsatzbereit oder auch nicht. Aber die Flags sind am Start und retten den Tag. Gleichzeitig schöner. Ah, da rächt sich jemand. Da hat jemand keinen Bock, dass einem die Windturbinen ständig zerschossen werden. Und dementsprechend, wie du mir, so ich dir. Zack, vier Windturbinen weniger für Jim. Das lässt der aber auch nicht lang auf sich sitzen. Und das sieht gar nicht gut aus für den Gärten. Ganz knapp überlebt hier Butterdog. Aber auch wirklich. Oh mein, müh. Hier in den Schild rein. Also ich glaube, hier sollte wirklich, diese Verbindung sollte doch ziehbar sein. Ansonsten diese Streben nehmen, darüber ziehen. Hier Schild raus machen. Oh, schöne EEP wirklich. Also, zwei, vier, fünf Windturbinen sind da gar nicht disabled. Das ist frech. Das ist, und da kommt jetzt der Hauhitzer. Oh, guckt es euch an. Wie er da sitzt. Auf seinem kleinen Podest. Richtig süß, oder? Ja, oder hier. Das ist auch vollkommen fein. Genau, da musste zwingenderweise ein Schild hinein. Jetzt versucht man es natürlich mit den EMPs und das gelingt. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Wäre doch nur das 20er da oben nachgeladen. Aber das Erfolgsrezept heißt, erste EMP baiten, zweite EMP Schild deaktivieren. Oh. Jetzt ist die Flagge wieder am Start. Das ist nicht gut. Nukes werden gepaintet auf Top Base. Zwei, drei Nukes kommen. Die werden teilweise manuell abgewährt, aber nicht alle. Zwei kommen tatsächlich durch. Und das ist eine Menge Damage. Hätte man jetzt noch die Plasma Laser. Ah, was wäre das nicht für ein feiner Kill. Aber leider, leider, leider nicht möglich. Weil Plasma Laser auf Cooldown. Und jetzt kommt das erste Mal ein Howitzer. Hallo. Ibims. Ich wollte mal Hallo sagen. Und Bottom Base hat mittlerweile auch eingebaut. Ja. Min raus. Portale deaktiviert. Das Fort macht fast einen Abgang. Also es sieht gerade relativ gut aus für Team Durstnipp. Die Verteidigung ist am Start. Gänger mit dem Portal Nukes. Ja. War nicht so effizient am Ende des Tages. Muss man ganz ehrlich sagen. Letztendlich konnten sie nicht aufgeschossen werden. Sie kosten viel Energie. Und Portale machen es nicht einfach. Und dann hat man halt eben auch den großen Damage der 20er und Scatter gegen sich. Und jetzt werden da Minen nach Minen rausgenommen. Oh, da reißt sogar fast die Verbindung mit dem nächsten Howitzer. Dürfte das Fort von Gänger fallen. Und wenn das auf den Mate runterfällt. Oh, hör mal. Wind, Sandsack, Turbinenblock. Ich weiß nicht, was es war oder ob es überhaupt ein Block war. Aber zum Glück explodierte Howitzer früher. Wenn er da, das wäre gerissen, bumm, tot, beide. Bumm, tot, beide, Alter. Das ist schon wieder. Also wir sind hier grammatikalisch auf was ganz Feinem auf der Spur. Ich kriege so ein bisschen Shakespeare-Vibes, muss ich sagen, ja. Bei dieser erlesenen Wortwahl und der feinen Würze an Wortwitzen und auch der Verspieltheit der Sprache. Mama mia. Hi, Adi. Wie geht's? Gut und selbst. Besser als Butterdog und Gänger. Die werden hier gerade relativ stark zu Käse verarbeitet. Und ich glaube, das war gewollt. Ich hab's nicht ganz gesehen. Aber Gänger hat, glaube ich, da mal kurz Ballast abwerfen müssen. Um mir nicht gleich von der Klippe zu reißen. Und baut jetzt nach, was das Zeug hält. Aber er hat nur plus vier Metallproduktion. Er hat keine Miene, nur den Kern. Das war's. Oh, 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 oh. Gleichzeitig werde ich zum Affen-Tar. Mensch, wo ist denn die Defense? Es ist so knapp. Es spricht so vieles für den Sieg von Team 2. Meine ich nicht, sondern Team 1. Aber der Kern, der fällt gekonnt. Ja. Nicht auf den Mate, sondern etwas weiter vorne. Das ist die große Gefahr. Und deswegen ist die Map teilweise so sehr verhasst unter den Spielern. Wenn du hier oben abreißt und runterfällst, ja, dann war's das für beide Spieler. Deswegen, Kiel ist eigentlich immer Top-Base rausnehmen. Und dann hoffen, dass er auf Bottom-Base fällt. Jetzt hier leider nicht passiert. Leider, leider. Für Team 1. Zum Glück. Für Team 2. Ich habe, glaube ich, noch nie so behindert und zum Glück gesagt. Oh, oh, oh. Ah. Jo. Ei. Kennt ihr das, wenn ihr so Eis esst? Und das so auf den Zahn kommt und so voll kalt ist? Das Gefühl hatte ich gerade, als ich die beiden Plasma-Laser explodieren gesehen habe. Oh, das war nasty. Das war schon unangenehm. Unangenehm. Er kann sich natürlich jetzt hier zu seinem Mate verbinden, aber was bringt ihm das großartig? Außer ne Tech und ein bisschen Strom. Und er hat ein, zwei Ressourcen, die er vielleicht noch holen könnte. Er könnte die Nukes reaktivieren, aber weiß ich nicht. Ist das hier das Go-To? Ich denke eher nicht, ne? Oh, oh, oh. Wichtige Frage im Chat. Ist die Map eigentlich nah beieinander, wie zum Beispiel eine gewisse andere 2 gegen 2 Map? Tatsächlich geht's. Also wenn du hier oben die Nukes betrachtest, die dann hier so rüberkommen, das ist schon... Kann schon mal fix gehen, aber es ist Mittelrange, würde ich behaupten. Es ist mittlere Reichweite. Nicht so wie andere Maps. Weil die zum Beispiel oben und unten... Ja, die ist so nah beieinander. Glaubt ihr gar nicht. Ja, man hat sich jetzt nach oben verbunden und hat da prompt mal Waffen reingeplaced, bevor man hier floated, I guess. Aber ob das nun der Call war, so ganz ungeschützt, bin ich mir auch nicht sicher. Schön, dass ne einen wieder, ne? Einen Klassener hat man noch und den nutzt man auch sehr effektiv, um immer mal wieder so einen 20er rauszunehmen. Aber ein 20er ist schneller wieder aufgebaut als ein Plasma-Laser und auch relativ viel günstiger. Das fühl ich hier noch nicht so ganz, dass da muss mehr Reinforcement rein. Das ist ne Menge zu bauen. Gleichzeitig hier muss man sich irgendwie protecten. Und jetzt versucht man nochmal den Paint, aber man hat hier da eine Flak, da eine Flak. Ohne Bait, E-M-I, ja? Wird das nix. Dann hat man auch noch die manuelle Defense und die 20er. Feuer-Laser, wichtiger Support aktuell an der Stelle. Aber ihr seht schon, das wird einfach komplett alles, alles... Ne, das ist es nicht. Das offen zu platzieren gegen drei 20er auf der linken Seite, die wahllos mit drei Salven einfach alles kaputt schießen. Das ist es nicht. Spoiler, it ain't. Hau, zah, zack. Und auch nochmal da unten einen rüber. Aber letztendlich muss man natürlich von Team 1 Perspektive aus gesehen betrachtet hier unten angreifen, ne? Man muss halt irgendwie den Kern kaputt kriegen. Klar, man kann oben die Position ein bisschen schwächen. Mit der Einsalve war das, denke ich, aktuell mal ganz wichtig. Die Ressourcen da... Ja, die könnte man auch mal wieder rausnehmen, ne? Keine Frage. Ich glaube, Bassoh war hier das Play. Definitiv. Also jetzt nicht großartig hierauf verschwenden. Ähm, natürlich müssen die Gunner ausgeschaltet werden, damit man hier durchkommt. Ne, die Schilde müssen kaputt gehen, sonst wird das nix. Das ist aber auch ne Option, ne? Haui. Einfach rein in den Kern. Tja, und jetzt ist der letzte noch zur Verfügung stehende Plasma-Laser. Auch futsch. Aktive Fähigkeit. Baut ganz schnell den Feuer-Laser fertig, der hier wahrscheinlich als Verteidigung dienen sollte. Ähm, guter Gedanke, den man eben auf Pump mit der Aktiven zu holen. War leider nicht rechtzeitig fertig. Ist das ärgerlich. Die Dinge offen zu platzieren, macht's nicht, nicht besser, ne? Also, da sitzt leider aktuell zu viel Damage auf der linken Seite. Und hier wird zu viel Metal gestohrt. Das muss in Waffen umgewandelt werden. Von mir aus hier hinten einfach noch so nen Waffenturm drauf oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist natürlich schwierig, auf der Web jetzt noch Damage zu adden. Vielleicht einfach Rockets hier draus machen, wäre vielleicht auch ein Play. Dann noch mit Shotguns arbeiten. Ich meine, man hat ja schon die Miniganner. Man braucht Damage. Ja, wir floaten gerade schon wieder. Wo es anfangs noch relativ gut bei beiden Teams aussah, sind wir jetzt schon wieder bei vier gefloteten Howies. Ebenso auf der rechten Seite bei einem einzelnen Spieler, ne? Also, ganz klar. Der Klassenunterschied ist da, sag ich mal. Und der Kern, dem geht's jetzt auch nicht mehr so gut. Mit der aktiven Fähigkeit, zwei Zwanzigern, kommt man schon relativ gerade rein. Relativ tief. Relativ tief. Oh, Zogenbrecher, ja. Aber guck mal, da haben wir nochmal nen Paint. Ist das hier nochmal das alles verändernde Momentum? Das sah nicht schlecht aus. Aber es war doch etwas... Hey, 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 hey. Stopp, 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 stopp. Spiel, stopp. Schiri, Videobeweis. Hallo. Wir können das Spiel jetzt nicht mit so einer random Zwanziger-Salve beenden. Hallo. Nein. Nein. Er hat einfach einen Flipper in seinem eigenen Ford gebaut. Einfach nen Flipper. Und das Ziel, das oberste Loch, war ne Batterie. Und das wurde getroffen. Was willst du tun? Einfach ein Flipper. Weil du da mit herrn. Das war ein weiterer Ford's Pro-Liga-Cast. Dorsnip nimmt den Sieg davon gegen Team Gyat. GGVP an beide Teams. Gut gekämpft. Schöne Spiele. Mein Name ist Salsi, wie ihr sicherlich wisst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.